Ramon Roselli, ein strahlender Star der deutschen Popmusikbranche, wurde schnell zum Phänomen, nachdem er 2020 die 17. Staffel der Show Deutschland sucht den Superstar, DSDS, gewann. Mit seiner warmen Stimme und seinem emotionalen Auftrittsstil eroberte Ramon nicht nur die Jury, sondern auch die Herzen von Millionen Fans. Hinter den glänzenden Erfolgen auf der Bühne stecken jedoch tiefe Trauer und schwierige Herausforderungen, denen er sich stellen muss, und die die Herzen der Fans schmerzen lassen, wenn sie Nachrichten über sein Leben und seine Karriere hören. Ramon, geboren am 7. Dezember 1993 in Merseburg mit bürgerlichem Namen Ramon Kaselowski, verbrachte seine gesamte Kindheit mit seiner Familie in einer Zirkusumgebung. Schon in jungen Jahren zeigte Ramon eine Leidenschaft für Musik und begann bereits im Alter von sechs Jahren zu singen. Sein Leben war jedoch nicht einfach. Die Balance zwischen Studium und Arbeit im Zirkus zu finden, stellte für Ramon großen Druck dar, doch er glaubte stets an die Musik als Fluchtmöglichkeit und die größte Leidenschaft im Leben. Der Gewinn von DSDS war ein wichtiger Wendepunkt in Ramons Karriere. Unter dem Künstlernamen Rosselli hinterließ er mit seinem Auftritt des Liedes »Eine Nacht« in der letzten Nacht einen starken Eindruck und erreichte die höchste Stimmenquote aller Zeiten in der Geschichte der Show. Der Song kletterte auf Anhieb auf Platz 1 der deutschen Singlescharts und auch sein Debütalbum »Herzenssache« feierte Erfolge. Man ging davon aus, dass Ramons Karriere ungehindert weiter florieren würde, doch die Realität entsprach nicht den Erwartungen. Trotz seines großen Erfolgs konnte Ramon große Traurigkeit und Enttäuschung im Leben nicht vermeiden. Nachdem er den Höhepunkt seiner Karriere erreicht hatte, sah sich Ramon sowohl beruflich als auch privat einem enormen Druck ausgesetzt. Die Erwartungen der Fans gepaart mit der Härte der Musikindustrie führten dazu, dass er sich einsam und desorientiert fühlte. Die traurige Nachricht, dass Ramon mit psychischen Schmerzen zu kämpfen hat, hat bei den Fans Besorgnis ausgelöst. Hinter dem Lächeln auf der Bühne durchlebt Ramon schwierige Momente, die nicht jeder verstehen kann. Das Leben eines jungen Stars wie Ramon ist nicht nur glamourös, sondern auch voller Herausforderungen. Das Versäumnis, den Höhepunkt seiner Karriere aufrecht zu erhalten, sowie der Druck des Ruhms führten dazu, dass er viele Male in Depressionen verfiel. Diese Sorgen beeinträchtigten nicht nur Ramons Geist, sondern lösten auch Sorgen um seine Zukunft in der Unterhaltungsindustrie aus. Einer der größten Rückschläge, mit denen Ramon konfrontiert war, war die Schwierigkeit, nach DSDS den Erfolg aufrecht zu erhalten. Obwohl sein Debütalbum großen Erfolg hatte, ist es nicht einfach, in einer wettbewerbsintensiven Branche Karriere zu machen. Seine nächsten Musikprojekte erzielten nicht den erwarteten Erfolg, wodurch Ramon mehr denn je unter Druck stand. Die Erwartungen der Fans gepaart mit der Härte der Musikindustrie führten dazu, dass er sich einsam und desorientiert fühlte. Die Liebe und Unterstützung der Fans ist für Ramon jedoch immer die größte Quelle der Ermutigung. Obwohl er auf viele Schwierigkeiten stieß, versuchte er weiterhin, diejenigen nicht zu enttäuschen, die immer an ihn glaubten und ihn unterstützten. Ramon weiß, dass ihm nur die Musik helfen kann, die schwierigsten Zeiten zu überstehen. Er hat sein ganzes Herz in neue Musikprojekte gesteckt, in der Hoffnung, dem Publikum Freude und Inspiration. Wie ist eine andere Person in a position to talk? Wie viele, hit me up in the comments section, would rather spend most of your sales calls listening to somebody talk than you trying to talk yourself? Hit me with your favorite emoji, thumbs up, thumbs down, vomit face, mad face, I don't care what it is. Wie viele of you would rather do more listening in your conversations and a lot less talking in your conversations? Because when you talk, you set yourself up for failure. When you listen, you set yourself up for success. That's a simple little thing to remind yourself. When I talk, I set myself up for failure. When I listen, I set myself up for success. So we want to put ourselves in a position where we're mostly listening. So in my early days of sales, I used to do all of the talking. And I didn't make a lot of sales. That is, without a question, one of the greatest distinctions I can look back on my early days. And this is another thing that I've seen when I go listen to recordings and when I listen to sales conversations. If I hear that the salesperson is doing the majority of the talking, I know for the most part they're likely not going to win the business. Some people are smooth talkers. Some people get it. It's not the majority of people. It's really not. I don't know how many of you find yourself, you know, blessed with a silver tongue. Like, you can just say everything right. You get everything right. You're never nervous. You're never anxious. I've just met very few people that had that charismatic ability. Some people got it. And they're blessed with it. Some people, they got to work real hard. And they still don't even feel like they're close. So, in my early days of sales, I would spend most of the time talking. And I would give the other person very little time to actually say what I needed them to say. I needed to identify. I needed to identify. I needed to identify.